Iris Klein? Bitter gedemütigt. Das versetzt ihr den letzten Dolchstoß. Autsch! Damit hätte Iris Klein wohl nicht gerechnet. Die Mutter von Daniela Katzenberger muss sich nun schon wieder harter Kritik stellen und das auch noch ausgerechnet von ihrer Rivalin Yvonne Wölke. Sie wollte es allen zeigen? Mit ihrem Auftritt auf der New York Fashion Week wollte Iris Klein endlich mit dem alten Leben abschließen. Doch dann kam alles anders. Iris Klein? Yvonne Wölke zieht ihren Modeljob ins Lächerliche. Sie nahm ab, legte sich unters Messer und hat alles dafür getan, um auf dem Catwalk zu strahlen. Iris wollte als Model durchstarten und damit die bösen Schlagzeilen über ihre schmutzige Trennung von noch Ehemann Peter endlich vergessen zu machen. Doch das Gegenteil war der Fall. Ihr Laufsteg-Debüt befeuerte den Rosenkrieg nur noch weiter. Mittlerweile kann ja jeder modeln. Und in Amerika interessiert das niemanden, lästerte Peters neue Yvonne Wölke auf Instagram. Sie läuft halt leider nicht für Jean-Paul Gaultier oder Marc Kain. Tja, leider keine große Nummer. Selbst Iris' loyale Tochter Daniela trat mit ihrem eigentlich gut gemeinten Kommentar ins Fettnetzchen. Ich fand den Auftritt meiner Mutter mega. Ich wollte auch unbedingt, dass sie das macht, weil ich gemerkt habe, dass ihr Image durch die Sache mit Peter sehr gelitten hat. Autsch! Genau das, was Iris gar nicht gerne hören wollte. Autsch! Autsch!